In Brandenburg gibt es ein politisches Erdbeben und eine riesengroße Katastrophe für die Freien Wähler. Der Abgeordnete Zeschmann schmeißt bei den Freien Wählern hin und wechselt mit sofortiger Wirkung zur AfD. Und damit verlieren die Freien Wähler ihren Fraktionsstatus und die AfD wird fast stärkste Kraft bereits einem Jahr vor den neuen Wahlen. Alle Details in diesem Video. Nach aktuellen Umfragen ist die AfD mit 32 Prozent stärkste Kraft in Brandenburg und wird nächstes Jahr die Wahl mit deutlichen Vorsprung gewinnen. Aber bereits jetzt gab es ein politisches Erdbeben, da der Landtagsabgeordnete Philipp Zeschmann bei den Freien Wählern ausgetreten ist. Die Tagesschau berichtet dazu gestern wie folgt. Zeschmann verlässt BVB Freie Wähler. Die Freien Wähler im Brandenburger Landtag stehen kurz davor, ihren Status als Fraktion zu verlieren. Grund ist der Austritt des Landtagsabgeordneten Philipp Zeschmann. Mit dann nur noch vier Mitgliedern könnte die Partei BVB Freie Wähler ihren Fraktionsstatus nicht aufrecht erhalten. In einer Pressemitteilung begründet Zeschmann am Montag seinen Austritt aus der Fraktion mit unüberwindbaren Unvereinbarkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Landes- und Fraktionsvorsitzenden Peter Wider. Der Vertrauensverlust sei in den vergangenen Wochen so groß geworden, dass ihm nur dieser Schritt bleibe, so Zeschmann gegenüber dem RBB. Er hat sich nie vorstellen können, seine politische Heimat Freie Wähler und die Landtagsation einmal aufgeben zu müssen. Und dieser Austritt von Zeschmann ist wirklich richtig heikel und für die Freien Wähler eine riesengroße Katastrophe. Hier siehst du nämlich mal das Ergebnis der Landtagswahl in Brandenburg von 2019, also der aktuellen Wahlperiode. SPD war ja auf Platz 1 mit 26,2 Prozent, AfD war bereits damals schon auf Platz 2 mit 23,5 Prozent, CDU 15,6, Grüne 10,8, Linke 10,7, Freie Wähler 5 Prozent und die FDP mit 4,1 Prozent ist sogar an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Du siehst also, die Freien Wähler hatten 2019 nur ganz knapp die 5-Prozent-Hürde geschafft und sind damit in den Landtag eingezogen. Und mit 5 Prozent kannst du in Brandenburg eine Fraktion bilden und hast damit natürlich sehr viele Vorteile und Privilegien. Da Zeschmann die Freien Wähler jetzt aber verlassen hat, werden die Freien Wähler ihren Fraktionsstatus verlieren und verlieren damit auch die ganzen Privilegien. Als Fraktion darf man nämlich Gesetzesvorschläge einbringen, das ist schon ziemlich groß. Des Weiteren darf man kleine und große Anfragen an die Landesregierung stellen und man hat insgesamt mehr Redezeit im Parlament. Und genau diese ganzen Sachen verlieren die Freien Wähler jetzt. Und außerdem verlieren die Freien Wähler natürlich auch noch Geld, da man als Fraktion und als Fraktionschef nochmal extra Geld bekommt. Man könnte also sagen, dass die Freien Wähler zwar nur einen Landtagsabgeordneten verlieren, aber in der Realität verlieren sie sehr viel politischen Einfluss und das ist natürlich für die Freien Wähler eine Katastrophe. Aber passt auf, die richtige Hiobsbotschaft für die Freien Wähler, die kam erst heute. Weil Zeschmann, der tritt nämlich nicht nur bei den Freien Wählern aus, sondern er ist heute offiziell bei der AfD eingetreten und nimmt natürlich alle Positionen, alle Ämter und alle Privilegien mit. Der RBB24 schrieb, Landtag in Brandenburg, Ex-Freie Wähler-Fraktionsmitglied Zeschmann tritt AfD-Fraktion bei. Der Abgeordnete Philipp Zeschmann ist einen Tag nach seinem Ausdruck aus der Fraktion der Freien Wähler der AfD beigetreten. Welche Konsequenzen dies für seine bisherige Fraktion im Landtag haben, ist noch unklar. Damit besteht die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag nun aus 24 Abgeordneten, die von den Freien Wählern nur noch aus vier. Ob sie damit weiter eine Fraktion bleiben können, ist offen. Der Landesverband der Freien Wähler hatte sich zuvor schriftlich von Zeschmann distantiert und ihn aufgefordert, sein Mandat zu verzichten. Und das ist schon ziemlich krass, weil wenn jemand so schnell einer neuen Partei beitritt, dann muss das schon ziemlich lange im Hintergrund geplant worden sein, weil sowas macht man ja nicht von heute auf morgen. Und das ist natürlich auch klar, dass Zeschmann sein Mandat behält. Weil natürlich wollen die alten Parteien, dass die Leute das Mandat niederlegen, damit die es dann einem anderen aus der eigenen Partei geben können. Aber mir ist in der Geschichte noch nicht ein Fall bekannt, wo die Politiker ihr Mandat denn bei einem Austritt abgelegt haben. Weil damit verlieren die natürlich ja auch eine ganze Menge Geld und politischen Einfluss. Also Zeschmann nimmt sein Mandat mit und wechselt direkt zur AfD-Fraktion. Und die inoffiziellen Gründe dürften eigentlich auch ziemlich klar sein. Weil offiziell ist Zeschmann bei den Freien Wählern ja ausgetreten, weil er sich mit dem Chef der Freien Wähler zerstritten hat. Aber inoffiziell geht es höchstwahrscheinlich um einen Platz für das nächste Landesparlament, also für die nächsten Wahlen. Weil so wie es aussieht, hat Zeschmann nämlich keinen guten Platz mehr auf der Landesliste der Freien Wähler für die nächsten Wahl bekommen. Bei der Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl im kommenden Jahr erreichte Zeschmann Ende September nämlich bei den Freien Wählern nur noch den achten Platz. Und da muss man einfach nur mal rechnen. Aktuell haben die Freien Wähler ja nur fünf Sitze im Landesparlament. Und nach aktuellen Umfragen würden sie nächstes Jahr sogar bei sechs Plätzen landen. Aber da Zeschmann ja nur auf Platz acht steht, würde er damit keinen Platz im Landesparlament bekommen. Und das wäre natürlich ein riesengroßer Verlust, da man als Abgeordneter im Landesparlament in Brandenburg 8.100 Euro pro Monat bekommt. Ja, pro Monat. Zuzüglich durch Pauschalen, Zulagen und so weiter und so fort. Und sowas lässt man sich natürlich nicht gerne entgehen. Und die AfD steht, wie gesagt, nach aktuellen Umfragen bei 32 Prozent und würde demnach nächstes Jahr 28 Plätze im Landesparlament in Brandenburg bekommen. Es könnte also gut sein, dass Zeschmann genau einen dieser Plätze behält und damit dann im Landesparlament bleiben dürfte. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er einen dieser Plätze bekommt, weil ansonsten wird Zeschmann ja jetzt nicht so spontan von den Freien Wählern zur AfD gewechselt. Weil jetzt ist nämlich die Zeit, wo die einzelnen Parteien ihre Landeslisten einreichen müssen für die Wahl nächstes Jahr. Aber ich kann mich natürlich auch sehr kräftig irren und vielleicht findet Zeschmann die Freien Wähler wirklich nicht mehr gut und hat bei der AfD jetzt auch aus inhaltlichen Gründen seine neue politische Heimat gefunden. Und vielleicht hat er bei der AfD auch einfach viel mehr Möglichkeiten, in Brandenburg etwas zu bewegen, da die AfD nächstes Jahr ja stärkste Kraft wird und damit auch in die Regierung kommt. Und wenn du in der Regierung bekommst, hast du natürlich nochmal deutlich viel mehr politische Gestaltungsmöglichkeiten, als wie jetzt zum Beispiel bei den Freien Wählern, die ja weiterhin in der Opposition bleiben. Aber so oder so, an diesem Wechsel und an diesem Machtspielchen kann man jetzt sehr deutlich sehen, dass bereits jetzt der Wahlkampf in Brandenburg in vollem Gange ist und dass die politischen Ränkelspielchen begonnen haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nächsten Wochen noch viel, viel mehr an dieser Stelle passieren wird. Und außerdem wird es diesmal bei den Medien richtig, richtig schmutzig werden, da die AfD ja wie gesagt kurz davor steht, ihre erste Regierung zu bilden, weil sie einfach stärkste Kraft in Brandenburg wird. Und das wollen natürlich die Altparteien um jeden Preis verhindern. Allerdings können sie sich diesmal nicht, wie bei den Bürgermeisterwahlen, einfach alle zusammenschließen und dann gemeinsam einen parteilosen pushen. Nein, diesmal müssen sie sich alle selbst behaupten, müssen selber antreten, weil es einfach um sehr viel Macht und um sehr viel Geld gibt. Und deswegen alle Parteien werden diesmal einzeln kämpfen. Und vor allen Dingen die FDP, die Freien Wähler und jetzt auch die Linke nach der Spaltung, für die geht es wirklich um alles. Weil bei denen drohen die drei Parteien wirklich alle an der Fünf-Prozent-Hölle zu scheitern und damit aus dem Landestagsparlament rauszufliegen. Wobei die FDP, die war ja letztes Jahr schon rausgeflogen. Deswegen bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, wie die Wahl in Brandenburg nächstes Jahr ausgehen wird. Was sagst du denn dazu? Wie wird die Wahl in Brandenburg nächstes Jahr ausgehen? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.